Das macht BÄM und ich verschwinde im weißen Rauch, vom weiß zu blau und jeder hier weiß genau. Ja Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die kubischen Kanonenschläge in der 15er Packung von Aldi Süd. Machen wir gleich mal noch einen. Und jetzt gleich zwei Stück gleichzeitig die Stürme einfach mal hin. Also mein kleines Fazit dazu, es sind gute Knaller, muss man sagen, aber jetzt auch nicht übermäßig gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.